ab so freude es geht er wozu die gesellschaftlich und wenn ich in der Mitte verpistet von mir um sagen wo es besser hinzuschießen was mich überlegen aus dem Grund mein Gott BK hallo BK die Klopfer Prozent 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 an der Sorge bei dieser Monat die Sünder jetzt muss alle können es muss ein Junge ein paar Mal und was geht wie soll ich nicht hier schießen hier oben ich kann auch so kann ich schießen und auf den Schlechtkant auch nicht schließen müssen wir warten wir warten nicht immer schon da und vorliegt Junge, ey, das ist so scheiße hier in der Mitte. Rutsch mal rüber. Guck mal, was ich jetzt mache. Boah, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Gubis. Gubis. Junge, du bist einfach in der Mitte. Was sollen wir dafür können? Die ist doch mal überlangt. Deswegen sollte er eigentlich Feier mitmachen. Ja, deswegen, ja, das wäre so, das ist ja so dumm. Was soll man denn machen? Muss ja auf sich gehen. Oh nein, scheiße. Warum ist das so hoch? Ja, ich habe jetzt einen richtigen Winkel. Ich kann das auch schwer einschätzen, weil es so viele sind. Ja, Gubis ist ja auch eine Kackwaffe. Wobei die Gubis machen nicht mal so wenig damage. Nein, nein, hier kann ich so viel machen, auf jeden Fall. Und ich kann gar nichts machen. Dann mache ich einfach die Glocke, die ist sowieso scheiße. Ich muss schon gar nichts mit mir machen. Ich kann mal versuchen. Doch, du kannst nichts. Du kannst das Teleport einsammeln oder so. Dann hast du wenigstens Items. Was für Teleport? Da oben rechts ist so ein Teleport bei Remco. Da wird das lieber zu jemandem von uns teleportiert werden. Da habe ich aber glaube ich schon verkackt. Ne, ich glaube das kann er dann einsetzen oder nicht? Ja, nein, das ist dann... Der wird dann direkt teleportiert oder irgendwo. Das ist dann ein Item, was ich einsetzen kann. Ja, guck's dir an, Alter. Was ist das denn? Ja, guck's doch, Alter. Geh mal auf Remco, Alter. Ist mir doch scheiße. Alles gut. Na, dann mache ich halt Tunnel leer. Ja, Jun, er verfolgt mich dann immer noch eiskalt. Hier, Remco. Das heißt, das ist ganz viel zu spy oder was? Oh, ne. Das gibt's sogar. So, jetzt kannst du auch mal auf Remco schießen. Aber du musst ein bisschen draufdrücken oder was? Wenn du schon die kriegt. Jun, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt auf euch draufgehen soll. Teiße. Egal. Was bringt denn dieses Deadweight? Was bringt denn dieses Deadweight? Als ob... Lol. Das zielt ein wenig automatisch auf. Das ist ja richtig geil. Aber nur ein bisschen, ne. Nur wenn du meiner Nähe ein wenig geschossen hast. Das ist richtig Bombe, das Deadweight, finde ich. Finde ich, ne. Das geht nämlich nicht so weit. Doch, hier. Siehst du? Easy. Easy. Aber wenn du übelst, daneben schießt, bringt es überhaupt nichts. Ja, toll, ey. Hacker. Alter, guck mal, ihr geht beide immer noch auf mich, ey. Als ob da eine bessere Position ist. Und immer die sagen, ja toll, Alter. Geht doch mal auf euch, wie das Name ist. Komm her. Ja, was soll man denn machen? Du bist in der Mitte, Mann. Junge, ey. Du hättest eigentlich eine bessere Position, um Remco abzuknallen, Junge. Weil ich bin hinter der Mauer, das ist eigentlich viel schwieriger. Ja, am Anfang warst du halt am besten zu töten. Ja, und da hatte ich schon einen Winkel. Ja, ich bin doch schon längst weg. Okay, Remco, du bist tot. Gleich. No. Hey, du hast ja Armor geholt, Remco. Ich bin noch 400 Leben. Ich bin noch 400 Leben. Ich, man geht doch immer auf Armor. Hm. So gehst du da noch? Weg. Oh. Geh eh nicht. Ja, wahrscheinlich. Hey, wieso geht das auf dich? Ne Ahnung. Lol, ich habe jetzt nicht auf Remco gezielt. Siehste, Deadweight geht selber auf dich. Siehste, sogar die Waffen gehen auf dich, Alkan. Ja, Deadweight, das zieht auf den ersten, du Idiot, ne? Hey, du hast gesagt, wenn es in der Nähe ist. Ja, in der Nähe, das geht doch dann auf mich. Ja, dann geht's doch allgemein auf dich. Ja, wenn du das an mir vorbeischießt, dann ja. Ja, dann sag's doch so. Hab ich doch gesagt, wenn es in meiner Nähe ist. Es war aber nicht in der Nähe, es war komplett weit oben. Hab ich keine Ahnung. Ja, Goopies. So, let's go. Wir machen jetzt alle Goopies aus, ich hab gar keine. Aber ohne Scheiß, ich will die Goopies upgraden. Ich will mal wissen, was danach kommt. Ich glaub, wenn man die Goopies auf Vollstufe hat, ist das sogar gut. Hab ich das Gefühl. Ah, ich hab einen Damage gemacht. Was sagst du dazu, Remco? Ein Damage. Legit. Das ist doch nicht legit. Legit. Also. Jawohl. Du hast ihn noch nicht mal getroffen, ey. Das war kein Snipen. Das war ein Shot und ich hab den getroffen. Und ich hab den getroffen eigentlich, weil, äh, Remco, äh, Alkan. Nee, ich hab den mit Holizant getroffen. Nee, ich hab den auch 10 Damage gemacht. Das stand ja auch bei mir. Ja. Ich bin so gut wie tot. Ey, cool. Zerstört. Geh mal eigentlich nicht mal auf Joker, ach nee, kann ich ja gar nicht von hier unten. Guck mal. Junge, wie? Willst du mir sagen, ich soll von der Position auf Joker schießen? Alles klar, Junge. Geht doch gar nicht mal, weil ich auf dem Berg so... Guck mal. ...wie so ein Idiot. Remco. Ah, hab ich auf. Hahahaha. Das hat dich richtig getroffen. Der Rainbow ist echt geil eigentlich, der macht 60 Damage. Geht schon voll klar. Wap, wap. Da, 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 da. Als ob der noch lebt. Tot. Also jetzt bin ich mal gespannt, wie ich sich von der Position treffen soll. So. Vielleicht. Ähm. Jetzt hast du's doch gut. Bei Yoko auch. Wow. Ahem. Dazu sag ich nur eins. Wapp. Wapp. B tu die die. B at die. B Sie den ведern. Alter, ich hätte gesagt, das macht mehr. Wahrscheinlich, wenn man den Dijk trifft, oder? Ja, aber das ist richtig geil eigentlich, der Ring, ne? Der trifft ja immer, wenn du im Ringen bist. Hey, bounce net weg. Okay, gut. Hey, als ob, Heck! Ah, gut. Ich hab noch genug Leben. Junge! Willst du mich fegen? Willst du mich fegen? Digga, will du mich fegen? Hey, was ist das denn für ein Scheiß jetzt hier? Hä? Warte mal, doch, vorbei. Nein! Okay. Ja! Ja! Ah, ich hab den 5. Hä, was ist ein Bounty? Keine Ahnung, wenn ich den Schrapp kriege ich glaube ich. Schokoriegel. Bounty, ja. Was ist das? Mach mal noch nicht. Der, 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 der. Ah, guck mal. Ich krieg jetzt ganz viele Credits. Geil. Der, 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 der. Der, 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 der. Weil ich schmeißt nen Bounty mit Verpackung. Ey, ey, ey. Remco, was sagst du, du? Der, 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 der. Der, 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 der. Ich schich mir das Bounty an, dann kannst du vielleicht Nice oder nicht. Der, 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 der. Der, der, der. Deine Ahnung, dass du das denn verpackst, oder so. Nein, ich krieg dafür Credits. Aber das wird immer erst so rot, dann wirds blau, wenn du durchschießt. Grange Romomancery. Der wird noch ermordet. Hey, was ist denn das für ne Scheißwaffe? Der würde sagen, das ist ein peinlich Joker. Ja, was soll ich denn machen? Ich hab nicht mal den richtigen Winkel und ich kenn die Waffe nicht. Ja, du bist echt peinlich, dass du jetzt noch verlierst. Oh, oh, der snipet geht nicht. Alter, kriege ich viele Credits. Irgendwas sagst du dazu, dass du erbärmlich bist? Hey, aber warte mal, könnte es sein, dass er gewonnen hat, weil wir haben Punkte, oder? Nein. Normales Deathmatch haben wir. Achso. Du bist aber nur lächerlich. Erbärmlich. Was sagt die alle zu den D-D-D-D? D-D-D-D-D-D. Oh, Joe and Young. David und Klaus wären nie verschont, auch nicht in diesen LP Together. Na, wär nicht verschont. Ist es echt so eigentlich ein LP Together oder so? Ne, warte mal. Ich meine, ist, ähm, Shell Shop Live, ähm, LP Together oder dieses echt so, keine Ahnung. Was? Was laberst du? Weil du hast ja mal gesagt, du willst... Du willst doch mal so ein echt zu uns schon machen, hast du meinen doch gesagt oder irgendwas? Also mein Spieleabend. Ja, das machen wir mal irgendwann, aber das ist, das ist doch kein Spieleabend. Das ist doch klar. Das ist doch klar, dass es das blödsinnste Vlog ist. Das ist doch klar, dass es ein Let's Play ist und kein Spieleabend. Hey, das passt aber eigentlich sogar viel besser zu Spieleabend. Nee, das ist ein Let's Play. Das ist ein Let's Play, also jetzt los. Das ist ganz klar. Das ist klar. Also machen wir Spieleabend nur einmal, ne? Ja, aber das heißt, es ist so ein Spiel... als jetzt richtiges Display machen und nicht nur so ein Part. Ey, das machst du ja öfters. Guck mal, wie unfair das ist. Eigentlich müsste ich und Remco uns jetzt übelst hart abknallen und Drawcast da ganz hinten. Ja, ich bringe ich jetzt um. Weißt du was, ich schieße sogar auf, Drawcast. Ich schieße jetzt auch mit der Glocke. Ich schieße jetzt auch mit der Glocke. Ich schieße jetzt auch mit der Glocke. Äh, was könnte man denn mir mitziehen? Ähm. Lass uns mal erst mal das. So, mach. So. Junge, du bist echt gut. Okay, sieht gut aus. Ich bin auch wirklich nicht gut in dem Spiel, Alkan. Hehehe. Er sieht, Mann. Er sieht, Mann. Guck mal, Robot Roloch. Ja, jetzt hat das... Aber warum geht das so runter? Das Gras geht auch nicht. Ähm. Ah, ich war gut gemacht. Was passiert eigentlich, wenn ich Remco so hochstack ins Portal rein? Egal. Was willst du machen? Du willst mich durch das Portal schießen, was? Ja. Lass es mal aber mal sein, erst mal. Ah, er kann mich nicht geboren, Mann. Alles. Guck mal. Er hat mich nicht getroffen. Naaah. Komm, let's go. Ey, das ist ein Zipper. Der ist geil. Loll. Null zu. Ha, Helikopter Strike. Hey, du hast mich sogar geholfen, Mann. Guck mal, wie der erwordet wird. Ich bin so richtig erwordet. Ich bin so richtig erwordet. Das ist die Idee. Ähm. Als ob. Boah, er kann nur sitzen. Oh, jetzt. Bist du dir sicher, Remco? Ich glaub, du bist derjenige gleich zuerst hier. Stimmt das, äh, stimmt das, Remco? Nö, du bist jetzt richtig. Was hast du gesagt? Du hast grad 100 damage bekommen. Und? Ja. Dieser. Ach so. Das hat dir nicht geleitet. Okay, kein Problem. Weißwinkel. Guck mal, was ist das hier für ein... ...Wetten gleichprallt das an der Scheißkante da ab? Hoffentlich. Ja? Ist gut. Dedeedeede. Ja. Hohohohoho. Du hast dich gegen mich verschworen. Junge, das ist Freefall, du Faggot, alter. Du stehst auch nur ganze Zeit auf mich. Du hast dich gegen mich verschworen. Wir haben noch geteamt. Ich dachte, das wird uns halt besonders... Hast du geteamt, alter? Ich gehe auf jeden hier. Ich dachte, wir haben mich zusammen hier eiken und vernichtet. Hahaha. Eiken wird nicht verschonen. Oh ja. Nein. War ganz knapp. Hast du sogar geholfen, Alcon? Jetzt hast du einen besseren Winkel. Ja. Jetzt kann ich nicht mehr so weit weg schießen. Hahaha. Der Remco ist natürlich. Oh mein Deadweight ist eigentlich richtig geil. So. Oh geil, Credits. Oh, hatte ich noch. Schade. Oh mein Deadweight ist richtig nice. Hey, willst du? Twinkle, Twinkle, Little Sun. Twinkle, Twinkle, Little Sun. Twinkle, Twinkle, Little Sun. Ich habe jetzt Sparkler, ne? Twinkle, Twinkle, Little Sun. Das ist die Weiterentwicklung davon. Twinkle, Twinkle, Little Sun. Ach du scheiße. Ich gehe schnell weg hier erst mal weg. So. Fuck, bist du am Arsch, Alcon, alter. Ich werde nicht an dein... Ich werde nicht liebend an deiner Stelle. Flinkle, Whats 거기. Twinkle, hel'ol. Ich w Das war von dem Zeld sisters. Hoff установiert. Kalk Nein was sagst du, dass du bist am Mordet? EY, Remco, der Spiel Arts Passiv, der, der schießt einfach auch ganze Zeit noch auf mich. Dreh doch mal um du Ferget, Alter. Der hat Angst. Hä, wie ist das Arrow? Frink, gau' Shell. Der hat Angid.. M coy jetzt die Glocke, alter, die's komplett unnötig. Nein. Wieso hab ich Angst? Du wirst trotzdem zuerst sterben, weil jetzt kommt Rainbow. Was ist Arrow? Das würd ich mal probieren, Alter. Ich hab nie Rainbow. Was soll denn das eigentlich? Ja, du bist halt nun. Guck mal. Ja, weil du Rainbow noch gar nicht freigeschaltet hast. Ey, hast du fei? Sogar wirklich fast. Ja, ich weiß. Ey, ich hätte dich getroffen, Alkan. Was bin ich? Was hat Remco, Alter? Was? Wegen dir hab ich dir nicht getroffen. Ja, Remco, der Team D immer nur mit dir, der auch vorne auf mich nur geschossen. Ne, ich lebe noch. No, Lacker. Was bist du denn für Lacker? Wir beide fast gleich, vielleicht, wenn Joe jetzt hier irgendeine Granate hier her, über die uns beifeift. Aber ne, ich glaub ich treff dich zuerst, weil ich hab jetzt ne Waffe nicht. Wieso, ich brauch nur einen Roller schmeißen und Alkan ist schon tot. Und Alkan muss nur Remco umbringen, das hab ich eigentlich gemacht. Ja, aber Remco ist so ein Vollidiotis und nur auf einen Weg der Stadt. Du hast gegenseitig, das ist gegenseitig ausgeschaltet. Junge, Alter Remco. Ich hab gar, ich hab fast gar nix verloren. Ich hab nicht mal was verloren. Ja, weil der Spaß nur auf mich ging. Ich hab gar nix verloren. Richtig nice. Warte mal. Ah, great. Ne, du bist doch noch Level 18. Quack, wir sind seit vorn Level 16. Achso. Geil, dass es hier n blödsinnig V-Log ist. Klar. Das Spiel macht eigentlich richtig Bock. Das Spiel macht eigentlich richtig Bock. Was ist Remco? Das Spiel macht eigentlich richtig Bock. Also wenn das nicht geil ist, um Remco zu töten, Junge. Komm, komm Feier, komm. Guck mal, was soll ich dir eigentlich hier? Ich kann doch gar nix hier machen. Ich bin ja ne Todesgrube hier. Jo, Remco, du bist am Arsch, wenn hier ein Airstrike reinkommt. Du bist ja richtig am Arsch. Was willst du eigentlich machen? Ich kann gar nix machen. Was willst du jetzt eigentlich? Ich bin nehm auf. Ey, Joker. Was ist? Wann seid ihr fertig? Mach doch mit. Nein, weil mein Nest ist ja jetzt da. Und wir wollten das Sieg machen. Fast Pech. Und Theo ist auch da. Ich wollte es vor gesagt haben, beeilt euch. Oder willst du uns jetzt erpressen? Ja, ich kann gleich einfach anzupressen. Nein. Mir ist das scheißegal. Ich bin ein Idiot. Was will ich hier unten auch machen, ne? Also ich fang dann jetzt an. Let's eat. Mach das. Mach das alleine. Let's eat alleine. Let's eat alleine. User left your channel. Alleine. Let's eat alleine, Alter. Boah. Ich kann die Leute die Runde gar nicht spielen. Ah, scheiße. Roll. Granate verschwind. Roll. Ähm. Das war in der Nacht halt, oder? Von Polen her. Ähm. Du hast uns aufs Fisch. Wir sehen jetzt auch. Auch so wichtig. Es wäre echt episch. Das ist ein Blumen macken. Der, 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 der. Nein, 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 nein. Der, 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 der. Äh, ja, gut. Ähh, ja, alle, der, 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 der. Guck mal Joke, ich habe auf dich gezielt. egal das war gewohnt die dies alles klar ob ich im remko getroffen, alter geil mit dem hoverball, das war komplett skillig fuck war das skillig das war komplett geskillt Alter, kann ich losen Was will ich denn eigentlich unten? Komm ich mach jetzt einfach Ich hab jetzt Hahaha Was will ich hier überhaupt? Mach auch ne Witz Was will ich hier überhaupt? Was du hier willst? Mann Alter, endlich hab ich zu hoch oder zu wenig? Was soll der Scheiß? Ha Flame Er macht der Match, oha Digga, er macht der Match Oh Joke, du hast weniger Leben als ich, was sagst du dazu? Ich bin ein richtiger Lose Du bist ja richtig scheiße Ich hab am meisten Leben, Alter Ja, weil ich und Eich können uns wegkriegen Und Tremkow von Wieso Weil es sich gar nicht lohnt auf Tremkow zu gehen Weil derjenige, der dann von uns beiden überlebt Kann nicht wie sie snacken Würde ich ihn nicht machen, Alter Mann, wieso geht dieser Scheiß im Nacken? Guck mal Joke, du bist jetzt richtig auf dem Nacken Alter, war das Richtig Skilik, Alter Skilik, das ist auch ein Wort, gell Skilik Dann müsst ihr das streamen und feiern und so Das hat ja alles ein eigener Winkel, oder? Weil das ja so mehrere Winkel sind Ja Da, da musst du einfach so ein bisschen Das ist schon eine Winkel Eine Idee Ey, danke, dass du mich hoch boostest Wär's auch immer war Gut, da hab ich ne bessere Sicht Rölge mal 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 Loll, ich dachte, das zieht dein Übelst nach unten Mach mal halt das Rolge mal Boah, ich weiß nicht, was ich nehmen soll Ich nehm noch das hier Was, was musst du da eigentlich nehmen? Guck Ah, ok Loll, das war ein Skillshot eigentlich Rölge mal Rölge mal Rölge mal Rölge mal Ich kann nicht sehr viel machen Wann mal Da müssen wir halt jetzt mal Trumler probieren Scheiße Hey, wolltest du dich selber ficken schon? Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich kann ja nix machen mit der Gammel, mit den Gammelwaffen hier. Was ist hier? Weißt du? Ich versuch jetzt mit Pupis. Pupis! LOL! Ich hab ihn mit Pupis geduldet. Mojoga ist da richtig scheiße, Alter, stimmt. Ja, ihr geht zu zweit auf mich, was soll ich denn machen, Alter? Ey, ihr wisst einfach nur Loops. So, jetzt ist Remco dran. Wo waren wir von hier unten? Komm mit, Alter. Komm mit, komm mit, Alter. Warte, was versuch ich denn als erstes? Ich muss ja an sich nur reinschießen irgendwie. Aber ich hab keine Bounce. Scheiße. Hätte ich Granaten oder so, das wäre passend. Vielleicht noch mal. Hier ist grad Milky Way. Ah, Milky Way. Was ist ein Monkey? Was? Alles klar, brauche ich übelst. Junge Mann, kann ich mal scheißen. Wieso hab ich jetzt nur Scheißwaffen? Ich hab gegen Joker gute Waffen verbraucht. Und jetzt hab ich nur Scheißwaffen. Warum merkst du, wenn du nicht hinlässt? He, der sieht nichts. Was für ein Gammel, PC. Ja, Gammel, PC. Dehh, gammel, PC. Ehhh, Ich piss dich. Ja geil! Oh, bei mir war ein Teleporter. Doll gemacht. Na, du, der trotzdem Schaden bekommt Remco. weiß aber trotzdem wenig schaden ist schaden jetzt kommt die op ist gemacht erinnert lame hallo ammordet wurde es halt dann neuer waffen sich hat das hier obwohl er glaubt auch was für glaub auch das ist immer so wenn das blaue kommt nicht meine ich werde ammordet ist alle fähig jetzt wie ein eierkopf kommt sie ist einmal daneben das ist eh noch einmal daneben bestimmt hatte man kubi zerstört ich hätte es gelacht wenn er noch gestorben wäre alles klar du hast nur glück dass du nie in der Mitte wirst diese 330 das war es nur glück dass du nie in der Mitte wirst er ist es wie viel damit man verteilt aber auch du hast du musst du hast eingelackt du hattest sogar wenigstens der mädchen in der joker hatte zu einem langen was soll ja auch immer ich war nicht erster ich hatte 400 ich hatte aber mehr an der mädchen hatte 400 und wird so 300 ja ja du bist ja noch auf joker gegangen obwohl ich bin ja eigentlich nur auf joker gegangen ne ich bin am anfang nur auf joker gegangen weil ich allkampf von dem winkel da schlecht treffen konnte war eigentlich ging es eigentlich ging es sogar Junge Luck Level wäre eigentlich richtig geil eigentlich sollte man schon richtig auf den Luck Level gehen ey was sagst du denn dazu der ist gegen Level 10 verloren hat die Loser alter der hat den richtigen Buss wenn du willst können wir ja mal spielen dass du in die Mitte gehst so das wars oder wir gehen beide nur auf dich wie wärs Remco ja das wars wollen wir noch eine Runde machen ja komm mach eine Runde noch Loser Remco ah Remco ne Remco ist nicht hinter den Schaden ja siehste jetzt muss ich auf allkring gehen du musst ne ich geh auf dich weißt du was Remco wegen deiner provokanten Aktion geh ich jetzt auch auf dich Remco ist am Arsch ey ich dachte du bist so ein King ja bin ich auch whoopies whoopies sinds was gilt alter ich hab ein Damage das was hey die Moons sind ja komplett fürn Arschi ich weiß nicht wie man die benutzen soll du musst erstmal den Winkel herausfinden weil hier hinten ist das scheiße ja ne Moons ist die die sind komplett scheiße was sagt ihr dazu aha ich hab Remco getroffen mit der Banane ja Pixel Shot dededeh 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 komm Pixel alter auf dich Remco haha da f*** Pixel auf na f*** dich Remco alter na f*** dich Remco alter dededeh hey oh siehst wie skillig ich bin sicher ok er macht einfach nochmal oh ne Mist Remco du bist einfach ne Fotze alter oh ne Mist Remco du bist einfach ne Fotze alter Alter guck mal wie weit da nach unten geht da ist noch mal ein Scherz hey warte mal oh boi ne Junge was soll ich denn hier machen alter Glock Kuchensohn jetzt bist du richtig zerstört hey Leute ja der dritte ist überhaupt noch oder ist das jetzt schon zu tief ne zu tief ich war schon mal so ein Loch da muss man auch 100 und so er macht weiter er will die noch mehr nach unten senken ja nicht will die einfach nur treffen guck mal du hast eigentlich keine Chance Scherz wieso Scherz ist da eine komplette Earthquake oder so und wie sollte denn das Roller ausgewählt ich hab was anderes ausgewählt eigentlich Tja Remco mit wem du ja guck's dir an die krieg ich auch noch so welche Scheiße man ja ist doch gut dann kann er dich doch gar nicht treffen ja ich kann den auch nicht treffen wie alt ist die andere Sache obwohl er könnte dich sogar treffen wenn der Bounce war alles klar beeey 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 be de 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 Twinkle Twinkle little Star Ich mach dir nie ein Sandwich Sokoladenboot Wir bauen uns gescheit, Mann Oh, Remco, du bist zerstört, du Fotze, Alter Jetzt ist er auch Du bist mich zuerst ausgeschalten, weil ich der Stärkste bin, oder was? Genau Weil du das schwächste blieb bist, Joker Da ist er Ja, denkst du, das bringt mir was, oder? Denkst du, das kriegt mir sowas? Warte Wird es versuch, mich auch zu ticken, oder was? Siehste Keiner kann es mit mir aufnehmen Bist du dir sicher? Keiner kann es mit mir aufnehmen, stimmt's? Goopies Nein! Nein, ich wohne Alles da, dann wohl gut getroffen Weiß, das ist genau Derrdee Du bist auch schon ein Idioter, irgendwie Weißt du was, derrdee Also bitte Also bitte Also bitte Wenn das trifft, ist Remco tot Mann, das blockt ja echt nichts Okay, Remco ist tot Voll gemacht Derrdee 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 Wobei Derrdee Todeshammer Kannst du gar nicht, weil ich Earthquake jetzt mach Och, ich weiß, du umgels Todes Wie ist denn das richtig jetzt? Wie ist denn das richtig jetzt? Was ist der Erfolg jetzt? Wie wird's getroffen? Derrdee Derrdee Was auch fein Alkan noch voll hat Oh ey, was seid ihr eigentlich für Bastard? Geht nur auf mich, Alter Auf schwächste Glee, seid ihr jetzt Volz drauf oder was? Dass ihr ein Level 10er geführt habt Ja Eigentlich schon Ein Level 10er vor allem Level 10er Genau, Aldo Ich dachte, das trifft gut gut wenn ich so ehrlich bin habe ich nicht mal gescheite Waffen wird na bei mir geht's alles klar ich mach einfach den Todesstrahl alles klar als ob du nur 83 damage bekommst ja ich hab ja Amor ähm Junge jetzt kann ich allen scheiß machen das ist Kackwaffen die ich gehört hab hier alles Kackwaffen da genau dddd er sagt er hat keine guten Waffen werden ich hab gesagt es geht achso hat doch nie gesagt dass ich scheiß Waffen hatte hm ich jetzt mal was hier ich hatte ja nur 2-3 gute Waffen oder so von sieben bis das heißt ja nicht dass ich über krasse Waffen hatte ey du kriegst ja wirklich weniger damage warum weil ich gut bin genau Hack ja weil ich gut bin vielleicht hackst du auch einfach nur weil ich gut bin ja ja also mein Let's Hack kommt von Schildschock live morgen online mach ich echt nochmal ja guck mal er kann das jetzt sogar weniger leben als Joker ja aber ich kann es halt Kackwaffen alle sagen du bist ja ein Loser alter haha wie sagt der der tot ist haha da soll ich voll drauf Level 10 dazu wie sie was willst du denn du Loser jetzt scheiße Thomas ich leg mir das so zurecht wie es mir grad passt was willst du denn du Loser jetzt eigentlich wer hat dir das Recht gegeben willst du denn komm Joker beend es haha es ist doch einfach nur hallo du bist tot erfährlich wie Alka noch versucht sich zu wehren hallo du bist tot beend es oh Junge der Winkel ändert sich auch immer so behindert alter ja mit der Winkel ich kann damit umgehen ich nehm das nur viel Feierler ist dran als wenn Robert Romer gesagt hat gegen einen Händler der kannst du nichts sagen haha Junge keiner kann es mit mir aufnehmen ja toll twinkle 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 little star Leute machen twinkle twinkle little star Junge dieser Moons ich will mal wissen wie die jetzt funktionieren alter ich mach mir ein Sandwich Teste es aus. Guck's dir doch mal an, wie die funkt. Das ist doch voll für'n Arsch. Ey, seht ihr das? Ah, ja. Was hast du gemacht? Hä? Keine Ahnung. Das ist ja nicht bei mir. Nee. Ist das nicht so der Sprechglas bei mir? Nee, bei mir nicht. Guck mal bei dir. Hast du so'n Sprechglas, der mich versagt? Oh, scheiß. Easy. Gegen einen echten Gegner kannst du nichts reißen. Easy, Alter, du hast... Nee, oder so. Keine Ahnung, keines mit mir auch. Nee. Aber guck mal, wie viel Damage ich auch hatte. Ich hatte 688. Ich hatte 65, der Mist. Jawohl. Und du sagst, ja, ich find' der Beste. Hat man gesehen. Hat er gut geklappt. Die 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 die. Tschüss. Bye.